Hallo zusammen, mein Name ist Oliver Geiselhardt und ich bin hier gerade, bzw. war gerade im Interview mit Klaus-Stefan Duffner vom Digital Hard Business Kongress. Leute, seid da unbedingt dabei, zieht euch das rein, wenn ihr auf der Suche nach eurem Hard Business, also Herzensbusiness, Herzensgeschäft seid, nach eurer Herzensangelegenheit, das vielleicht verbinden wollt mit digitalem Online-Business, dass du es von jedem Platz der Welt aus, wie ich jetzt hier gerade von meiner Finger auf Mallorca ausmachen kannst, dann guck dir das unbedingt an, es sind so viele geile Experten dabei, die dich weiterbringen. Wir haben gerade das Interview gemacht über, wie wirst du als Trainer, Speaker, Coach erfolgreich, wenn du da irgendwie für ein Thema brennst und das mit Menschen teilen willst, Menschen helfen willst, von Herzen mit den Menschen arbeiten willst, bietet sich das an. Also ich denke ja mal, ohne dass ich jetzt großartig sein will, es lohnt sich schon dabei zu sein, nur um mein Interview anzugucken, aber es gibt so viele andere Spezialisten, zieh dir das rein, sei dabei, verpass diese Chance für dich und dein Leben nicht.